Die letzte Woche vom Reitsport-Event ist angebrochen und es heißt mal wieder Marken einlösen. Denn wir wissen ja nie, wie lange diese Marken wirklich bleiben. Und vor allem werden wir nächstes Jahr ja auch wieder jede Menge Marken bekommen. Also wenn ihr jetzt Marken übrig habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, seid ihr hier genau richtig. Denn wir lösen jetzt erstmal die ganzen Marken ein, die ich übrig habe. Ich hebe mir meistens immer so 100 Marken um die Dreherum auf für nächstes Jahr. Man weiß ja nie, wie man da die Zeit hat. Aber am besten holt ihr euch für die Marken immer diese Items hier, die auch immer wiederholbar kaufbar sind. Das seht ihr daran, dass ihr dieses grüne Icon hier oben habt. Das heißt, ihr besitzt sie schon. Dieses Jahr ist es so, dass alle Items hier, die ihr für die Pferdeausrüstung nehmen könnt, sind alle dasselbe wert. Also die für 30 sind also genauso viel wert wie die für 15, aber nur im Verhältnis. Ganz wichtig, im Verhältnis. Also ich zeige euch das Ganze mal. Wir kaufen uns einmal die beiden Varianten und dann seht ihr hier 600, 300. Also sind genau dasselbe wert im Verhältnis. Kosten die Hälfte an Marken, sind die Hälfte von den ganzen Sachen wert. Das heißt, wenn ihr also wenig Platz habt in eurem Schrank, dann solltet ihr eher so diese Sachen nehmen. Ist bei mir auch das so, ich habe zwar noch ein bisschen Platz übrig, aber ich werde auf jeden Fall erstmal so die ganzen Bridels hier, die ganzen Trensen kaufen. Denn dadurch spare ich mir natürlich ein bisschen Platz. Vor allem bin ich eher so, dass ich halt nicht das ganze Inventar dann irgendwann voll haben will. Und deswegen kaufe ich mir jetzt so diese Sachen. Wenn ihr euch fragt, hä, warum kaufe ich mir jetzt diese ganzen Sachen, was mache ich denn damit? Ja, wenn ihr jetzt mal guckt, dann habe ich jetzt dadurch, mir nehme ich dann mal eine Seite angefangen dafür, mit meinen ganzen Sachen, die ich mir dann immer anspare. Und dann habe ich die hier und wenn ich irgendwann mal Geld brauche, dann gehe ich auf meine Schillinge Bank und hole mir dann diese ganzen Sachen dann da raus. Übrigens sehr lustig, dass das Pferd hier einfach jetzt die Farbe wechselt. Und dann seht ihr hier, dass ich dann damit bei den ganzen Events mir nämlich immer die Sachen sammle und damit mir dann gut dann Schillinge verdienen kann. Und wenn ich mal irgendwie Ausrüstung brauche in Star Steps, spare ich damit aber sowas von Star Coins, weil ich damit ja die ganze Sache immer nämlich übrig habe. Ich kann jetzt hier mal hingehen und kaufe mir dann da immer noch schön die ganzen Sachen. Wenn ihr übrigens ein bisschen Zeit sparen wollt, dann macht ihr das Ganze nämlich so, dass ihr das übereinander schiebt. Da seht ihr hier, so, seht ihr das? Da könnt ihr nämlich direkt Dauerfeuer klicken. So, und damit habe ich jetzt noch so meine um die 100. Ich bekomme ja auch noch ein paar diese ganze Woche über. Aber damit habe ich jetzt auf jeden Fall, wie ihr hier seht, nämlich schon einiges an Schillingen gemacht, die ich dann damit machen kann. Jedes von den Teilen ist 600 wert. Also 2 sind ein bisschen mehr als 1.000 wert. Dann habt ihr nämlich hier 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Und jetzt haben wir immer noch die 200 drüber. 10.000, da sind wir jetzt schon bei 12.000. Dann haben wir da 14.000, also mit dem Ganzen zusammen 14.000, 15.000, 16.000, wir haben fast 20.000, einfach nur dadurch jetzt. Also können wir uns zwei große Gegenstände einfach davon kaufen, nur weil wir eben die Marken dafür so eingelöst haben. Finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Hab da auch eigentlich immer echt Spaß, dann noch so die Sachen dann umzutauschen, mir dann immer mal wieder was zu leisten, direkt eben für die Marken, die ich dann nämlich von den Events geholt habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze so zu machen. Und natürlich könnt ihr da auch die anderen Sachen nehmen, aber die Sachen sind auf jeden Fall das Beste, weil ihr das sehr, sehr schnell bei euch draufpacken könnt, weil ihr es halt endlos kaufen könnt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie viele Marken ihr eigentlich noch so habt. Bei mir war es jetzt um die 1.000. Bis dann, ciao, ciao.